Willkommen zu unserem neuen Video, in dem wir einmal durchgehen möchten, wie wir schnell, einfach und unkompliziert Dateien im SharePoint und auch in OneDrive in andere SharePoint-Bibliotheken und Teams kopieren können. Das Ganze schauen wir uns an im SharePoint, in OneDrive. In Microsoft Teams funktioniert das leider nicht. Aktuell geht das wirklich nur auf dem SharePoint und in eurem persönlichen OneDrive. Ich befinde mich hier in einer Teams-Site. Wir sehen auch hier, das Ganze ist in Teams eingebunden. Wir springen einmal in die Dokumente und hier habe ich dann auch schon ein Dokument und einen Ordner vorbereitet. Wir markieren das Ganze, gehen auf die drei Punkte und haben nun Kopieren nach oder Verschieben nach. Egal was ich davon auswähle, das Verfahren ist komplett identisch. Der Unterschied ist, Verschieben nach, die Datei wird aus diesem Team, aus dieser SharePoint-Umgebung in eine andere verschoben, verschwindet dann hier. Bei Kopieren habe ich hier in dieser Umgebung und in der neuen Umgebung dieselbe Datei. Die sind aber nicht miteinander verbunden, sondern egal in welcher der beiden Dateien ich arbeite, ich habe immer einen unterschiedlichen Stand. Deswegen ist Verschieben eigentlich die bessere Variante, wenn wir nicht verschiedene Versionen haben möchten. Deswegen einmal Verschieben nach. Dieses Fenster öffnet sich. Diese Erfahrung ist auch recht neu. Die gibt es noch nicht so lange. Im linken Bereich habe ich eine Navigation. Über eigene Dateien komme ich in mein persönliches OneDrive und über den Schnellzugriff kann ich nun auf verschiedene SharePoint-Bibliotheken zugreifen. Das ist zum Beispiel unser Intranet, der Bereich Datenschutz, mein Modern Workplace-Team in Microsoft Teams. Wenn ihr hier nicht das findet, wonach ihr sucht, kein Problem. Wir gehen auf weitere Orte. Und hier unten haben wir unseren Follower. Ich empfehle es, hier oben sehen wir es auch, mit dem Stern die Teams zu aktivieren, als Follow zu setzen, die wir sehr häufig verwenden. Alle anderen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber sowas wie das Intranet, unser eigenes Team, Abteilungsteam oder vielleicht wichtige Projektteams macht auf jeden Fall Sinn, dort einmal den Favoriten zu setzen. Dann findet ihr sie hier unten eigentlich auch immer und permanent. Es sei denn, ihr habt hier 200 markierte Teams, dann wird es irgendwann schwierig. Wir verschieben das Ganze einfach mal hier in dieses Team. Ich könnte jetzt auch noch in einen speziellen Ordner reingehen. Hier oben können wir natürlich dann auch wieder zurückgehen, wenn wir jetzt in einem Team mehrere Bibliotheken haben. Hier habe ich es jetzt nicht, aber im Intranet sollte das der Fall sein. Ich klicke hier drauf. Hier kann ich jetzt auch noch zwischen den einzelnen Bibliotheken hin und her wechseln, wenn ich denn mehrere habe. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann hierüber einen neuen Ordner erstellen. Das Ganze speichern wir ab. Hier haben wir den neuen Ordner vor wenigen Sekunden erstellt. Klicken hier rein und jetzt könnte ich die Datei hier hineinschieben. Was wir noch machen können, ist natürlich die Übersicht ändern. Auf der kompletten Liste wird der Stauraum deutlich verkürzt und verringert. Dann sehen wir ein bisschen mehr über das Kachelsystem. Das kennen wir hier natürlich auch schon. Und ansonsten war es das hier auch schon. Was wir auch noch machen können, ist, wenn ich diese Datei in dieses Team verschiebe. Ich habe ja nicht denselben Teamstamm wie im vorherigen, kann ich sagen, ich möchte, dass die Person, die vorher auf meine Datei zugreifen konnten, oder auf meinen Ordner, je nachdem, was ich verschiebe, diese Personen sollen weiterhin auf diese Datei zugreifen können. Automatisch bekommen sie dann auch eine Berechtigung für diese Datei. Verschieben kann ich natürlich nur in die Teams, in die SharePoint-Bibliotheken, wo ich auch eine Berechtigung drauf habe. Habe ich auf ein Team, auf eine SharePoint-Zeit, keine Berechtigung, kann ich die Datei natürlich auch nicht dorthin verschieben oder dorthin kopieren. Wir haben das Ganze jetzt ausgewählt. Neuer Ordner. Die Leute sollen weiterhin darauf zugreifen. Wir klicken auf hierhin verschieben. Warten einmal kurz. Wir sehen, hier oben findet die Verarbeitung statt, wenn das Ganze durch ist. Die Datei ist hier verschwunden. Und nun in dem anderen Team, wo wir eben unterwegs waren, sollten wir die Datei finden, werden wir gleich auch sehen. Was wir natürlich auch machen können, ist, dasselbe Prozedere auch mit einem kompletten Ordner. Wenn wir den Ordner verschieben, sehen wir, dass die Übersicht komplett gleich ist. Wir schauen mal eben in den neuen Ordner. Na, wo habe ich ihn? Ich war natürlich im falschen Team unterwegs. Wir haben das Ganze ins Internet gepackt. Hier haben wir den neuen Ordner vor zwei Minuten erstellt. Wenn ich jetzt hier reingehe, sehen wir die Datei, verschiebe mich. Sie ist korrekt verschoben und dort, wo wir das Ganze platzieren wollten. Mit dem Ordner funktioniert das genauso. Was nicht funktioniert ist, der General Ordner ist jetzt ein Standard. Wenn ich diesen markiere, kann ich ihn nur kopieren, weil der General Ordner essentiell für dieses Team erforderlich ist. Genauso ist es auch, wir können ein Template für dieses Team im Bereich SharePoint erstellen. Das sind diese SharePoint Vorlagen. Wenn ich jetzt hier auf Start gehe, kann ich hier eine Vorlage anwenden. Wenn wir eine bestimmte Vorlage verwenden, werden auch in den Dokumenten bestimmte Ordner angelegt. Diese Ordner können wir auch nicht einfach so verschieben, sondern kopieren. Aber hier habe ich jetzt einen selbst erstellten Ordner. Wenn ich, da habe ich mich natürlich verklickt, wenn ich diesen verschieben möchte, kann ich das auch. Bei dem General kann ich nur kopieren. Das sollten wir beachten. Wie schaut das Ganze jetzt in OneDrive aus? Ich bin jetzt hier in meinem persönlichen OneDrive. Nehmen wir uns jetzt einfach mal diesen Ordner. Da können wir dann genauso auf die drei Punkte gehen. Verschieben nach, kopieren nach. Dadurch, dass es hier keine Default-Ordner oder irgendwas dergleichen gibt, sollte ich hier auch alles verschieben können. Es sei denn, ich habe die Dateien irgendwie abgesichert oder bestimmte Berechtigungen vergeben. Dann könnte es eventuell auch sein, dass ich das nicht kann. Aber im Normalfall gehe ich auf Verschieben nach. Der wachsame Zuschauer wird sehen, oh, alles klar, dieses Bild ist doch genau das, was wir eben auch gesehen haben. Hier habe ich jetzt Zugriff auf meine komplette SharePoint-Struktur und kann dann natürlich auch wieder die Teams und auch die SharePoint-Seiten auswählen und auf diese zugreifen, die ich auch in meiner Berechtigungsstruktur habe. Und auch hier kann ich wieder zwischen den verschiedenen Bibliotheken hin und her switchen. Wenn ich soweit bin, sage ich Verschieben nach. Verschiebe das Ganze. Ist diese Datei oder der Ordner, den ich hier verschiebe, bereits mit einer Person geteilt? In meinem Fall ist das hier nicht der Fall. Könnte ich dann auch wieder sagen, ich möchte die Berechtigungsstruktur übergeben an das neue Team, damit die Personen, die im Vorfeld Zugriff drauf hatten, auch weiterhin zugreifen können. Sehr schöne Änderung, die hier wirklich Einzug gehalten hat, wird uns auf jeden Fall sehr viele Mehrwerte bringen, sehr viel Zeit ersparen und macht das Ganze auch einfacher, übersichtlicher, flüssiger und gerade auch für den End-User deutlich einfacher und nachvollziehbarer, als es früher der Fall war. Also falls ihr diese Funktion noch nicht kennt, probiert sie aus. Wenn sie euch gefällt, empfiehlt sie weiter, verbreitet das Wissen, damit möglichst viele User diese neue Funktion kennen. Vielen Dank.